Da hab ich richtig Bockwürste rasiert vorhin. Die Folge fängt an mit, ich hab richtige Bockwürste. Meine lieben Freunde, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Battlefield. Bockwurst! Hallo! Bockwurst 5, Alter! Mr. 00 OC, Booth Wars und Dragon und natürlich meine Wenigkeit. Ja, moin! Hallo! Ich hab meinen Kräutertee gerade in einer Tasse Milch gemacht, wo noch Milch drin war. Ob das schmeckt? Ich weiß es doch nicht so genau. Aber hier ist kein Medi- äh, kein Medi- Also ich wollte nur sagen, das ist die schlimmste Karte, die es gibt bei Battlefield 5. Okay, ich hab sie noch nicht gezockt, deswegen werdet ihr es gleich an meiner, äh... Tonart. An meiner Tonart merken. Er raster aus. Er raster aus, weil wer rastert, der rastert. Oh, wei. Wo wollen wir zuerst dann eigentlich? E oder was? E ist gleich hier vorne. Vorwärts, yo. Eerobert das Ziel dort! Pass auf, da kommt gleich ein Bomber, ne? Das ist immer typisch. Der Bomber kommt direkt zu E. Und semmelt hier alles weg. Ich rotz ihn. Ich schmeiß er eigentlich. Das... Das wundert mich jetzt. Gibt's hier keine Funktion mehr? Ich schmeiß ihn eine Kackfurchtung, seine Fronscheibe. Wo, du hin? Auf zu A. Okay. Das Ziel dort! Eerober das! Ja, C. Hä, C ist doch schon eingenommen, oder nicht? Nee. Nee. Nein. Ja, entspann dich, Alter. Schrei mir nicht an, sonst schrei ich dich an. Schrei mir nicht an, ich bin einzelne Kinder sensibel. Die... Hahaha. Hey, gut, der ist gut. Die Häuser waren so, um die Swarm über hier einzuziehen, weißt du? Und hier die gleich kaputt. Was versteckt ihr euch hier in die Häuser? Alter, was? Mach ruhig, ich muss mich nicht mal verstecken. Wir sind hier bei euch, bei euch hier. Hallo! Brenn! Pass auf, auf die Ecke, am Haus! Ossi, links, 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 links! Ich hol dich! Ja, pass auf, da ist aber einer gerade gewesen. Okay, ich hab die weggeholt. Ach, den hab ich überhaupt nicht gesehen! Alter, krass, ey! Was?! Ja, ich, äh, liege. Aber, hab ich den noch hochgeholt? Ja, ne? Ja. Wie findet ihr die Metal? Schön? Also, ich hasse sie. Komm, der Typ hat viele Kills angeholt, der hat mit sein scheiß Blutzeug knallfroß. Knallfroß. Sechs ziemlich K... Sechs Kall gibt's ja runter, Alter. Was, Bananenbauer? Was? Was? Bananenbauer! Ich bin verletzt! Hilf mir jemand! Im Haus! Guck, kommt der Miniman! Dankeschön! Ich bin tot! Ja. Ich komme! Ich komme! Ich komme! Holey, holey, alter! Ja, genau, alter! Der kramt noch nicht hoch, ey! Ja, ich lieg hier, weil da gerade ein Typ ist, der auf mich geschossen hat! Meisterwurst hab ich wieder geholt, Alter. Geil. Ich steh mich über meinen Namen hochkriegen, weißt du? Ja. Ach, hör auf, Junge. Hallo. Was denn? Wie kann man mit dem Bomba-Bomb abdämmen? Keine Ahnung. Wo ist denn den jetzt her? Ich bin nicht einmal geflogen hier. Rechts neben dir im Haus, Dragon, da ist einer. Wie flieg ich denn? Mit der Hand über der Hatsch. Ne, Alter. Geh jetzt mal ernsthaft. Wo fliegt der Blutzeug? Ja. Alter Mann! Ey Kleiner! Das wird ne Nuller-Runde. Geht schon so. Wie? Nur mal gestorben, oder was? Ne. Leider nicht. Ich kann man hier nicht spawnen, Digga. Lass mir mal ruhig. Tobi, lass uns mal da hingegangen, wo wir sonst immer hingegangen sind. Weißt du, wo wir so erfolgreich waren? Ne, lass uns gehen. Bringt nix. Kommt zurück, kommt zurück. Ja. Wir müssen da weiter hochkommen, sonst kommen wir ja nicht lang. Also hier oder was? Vorsicht! Seht euch das an! Ja, um links. Dann los. Ach, hier war das. Stimmt. Genau, und hier sind die Stegen wegen der Stegen. Ja. Ja, lass mal hier bleiben. Ne, das war nicht rein. Ne, ich war irgendwie nicht. Wir sind auf den größten Zielsäser verletzt, oder? Komm jetzt hier rechts. Ich bin mir lang. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Zwei. Ja, ich bin down. Ist klein. Oh, der Typ kommt und schafft vier Leute umzubringen. Wie geht das denn? Ich bin verletzt. Ist für jemand? Das ist so behindert, Alter. Das ist so schön. Von allen. Ja, das ist wirklich peinlich, dass du Zweiter bist. Ich schrabe! Ich brauch Hilfe! Ja, sorry. Ich bin eigentlich sonst Erster, aber... Ich kann mir dieser Map überhaupt nichts anfangen, Alter. So ne Drecksmap, Alter. Du kannst meine Aufstrahlung nicht abschießen! Mal, bitte! Nicht meckern! Nicht meckern! Ach, sabbel nicht, der Zweite hier. Junge, Junge, Junge... Sag mal, was bist du denn jetzt so? Ich bin so, was ich so bin. Da kommen wir in Endland. Alter, ich werd jetzt vom Heck gar nichts machen. Du erklärst mir doch bitte. Hinter mir sind zehn von meinen Donaten, Alter. Hab ihn. Ich komm hier nicht mehr raus, Alter. Achtung! Das Problem ist, bei mir ist sie ja nichts. Hab ihn. Ja. Fugzeug, Sniper, leg mir mal. Ich krieg mich hoch hier. Alter, was für ein Schlossling. Was für ein Schlossling. Habt ihr das gesehen, Leute? Alter, das ist echt peinlich, Alter. Weil wenn das Lila aufblockt, dann heißt das, dass ich einen Headshot verpasst hab. Ich hab ihn zu richtig zwei Headshot verpasst. Und der Typ geht einfach nicht down. Das ist der Held. Nee, bei mir leuchtet das Grün. Krass. Ich darf ne Granate! Ich hab mich gerade voll rasiert, den. Alter, was? Hilf mir irgendwer, ihr müsst mir helfen! Oh mein Gott, ey, ich hab nicht einen Kill, ey. Echt nicht? Was? Nee, geht gar nicht. Boah, das ist bitter. Ja. Also ich würde dann einfach überlegen, das Spiel zu gehen. Ey, jetzt ist hier wieder so'n Hurenbock mit ner Scheiß-Shotgun, ne? Gut, da hinter dich stehen. Ja. Drei und zig Leute, wenn ihr an mir vorbei, ey. Cool, ich hab' ja nur geengesehen, oder? Achtung, hier rechts bei A sind welche. Okay, der wurde weggeholt. Ihr müsst das Ziel da da oben an! Scharfschätze, ich freie, ich sehe alles hier. Ja. Wie fühl dich aus? Noch? Achnung, wir haben einen Kill, die zwei mal. Alter, wieviel ich ihnen gegeben hab. Ja, der ist weg. Das ist doch lächerlich, ja. Aber ich bekomm' wieder mal nicht den Kill, ey. Ich mach' den meisten Damage und bekomm' den Kill nicht. Ja, der ist weg. Ich fliege. Kann einer holen? Ganz ruhig. Danke. Das wird schon wieder. Danke, Mr. Hannibal Smith. Ich bin B.A. Breaker, sie stecken kein Flugzeug. B.A. Breaker, sie stecken kein Flugzeug. Nein. Ja, ich weiß, der heißt nicht so. Gute Arbeit, wir haben uns die Wärter geholt. Wreckers. Ist alles gut, ja? Ja, ich glaub' wenn wir das A-Team sind, ne? Dann bin ich Murdoch, alter. Granate geworfen. Äh? Wie hat er mich denn geholt? Okay, komm, komm, komm. Granate. Alter, krass, Tobi, ey. Kaum lag ich, warst du schon da. Bist du ein Stalker? Bist du mal hinter mir her? Ja. Ich bin der Stalker. Holy. Er guckt dir ständig aufm Arsch, Alter. Also ich glaub' ich... Ah. Sonne bin ich nicht. Ja, ja. Ich bin Stalker, kein Spanner. Yo, ich liege mal wieder. Tobi, wo bist du? Ne, Meisterbrust holt mich grad wieder zurück. Lass' nirgends. Der Meisterbrust. Weg, 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 weg. Holy, alter. Holy, holy, holy. Oh. Ja, wieso? Immer, immer ich. Immer ich. Tobi. Ich blick dich zusammen, ja? Auch nicht Tobi, aber danke. Wo ist denn, wo ist der Stalker, wenn man ihn braucht? Oh. Okay. Oh. Halt. Oh, von rechts. Hä? Ganz ruhig. Bin ja da. Sorry. Verräng' grad. Ah, ne. Einmal davon. Ja. Lade doch mal schneller nach, hier. Warte mal ne Kacke. Oh, okay. Da fand's wieder. Da fand's wieder. Oh. Der Stalker wurde erwischt. Toi. Hilfe. Hey, schieß genau da hin, wo wo die Brunen kommen. Weil drücken. Okay. Hilfe. Ausgeschritten. Tormann griff. Weg. Habt ihr gehört? Ihr sollt das Ziel dort verteidigen. Sehr schön. Scheiße. Mit dem Revolver hat er mich weggeholt, Alter. Ja. Dann kenn ich mich aus. Ah. Ich hab die Brüder gefunden. Endlich. Ah, schön. Okay. Ich versuch's zurück, bis zu kommen. Bleib... am besten am Leben, wenn's gut ist, wenn's geht. Also bis hier. Bleib am besten am Leben, wenn's gut ist. Ja. Ich weiß. Das war's bei mir. Beste überhaupt, ey. Beste Antwort. Bleib am Leben, wenn's gut ist. Bleib am Leben, wenn's gut ist. Bleib am Leben, wenn's gut ist. Das war epic, Alter. Das war epic, Alter. Ich konnte nicht mehr von langer. Oh. Alter, wir kriegen ihn von überall. Ja. Ah, Ossi hat mich geholt, Junge. Wie war das? Wie aussieht, haben wir viel Dapper verloren. Oh, ich hab einen erwischt. Digga, hinter mir. Oh. Ja. Okay. Wir sind mit ihr Shepard, Junge. Ein wenig, ne? Etwas. Das ist die ganze Zeit wartig, weißt du? Und wenn ich loslaufe, kommt der. Dann glücklich noch nach hinten geguckt, ey. Einer ist genau da gut. Granate für sie! Oh, ich will eine Granate erwischen. Ich bin bei dir. Achtung, da war'n! Die Dora gehört jetzt uns! Hab' ihn? Ja. Öffnen. Mal hier links hochrennen. Achtung, hier sind wir hier! Ah, fuck, ey. Hast du ihn? Ja. Ich glaub' da war'n noch wer hier, ne? Ja. Ja. Aber wenn wir uns nicht wechseln laden! Mann, ich muss da laden! Ah, Mann! Ah! Ah! Ja, sicher! Ja, natürlich! 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 Hast du ihn, ey! Wechsel bleibt beim Leben? Ja, ja, ich dachte beim Leben. Was ist denn mein Liss? Ob er dich nicht schauen kann? Prü, pass auf, da rechts ist irgendwie einer. Einer! Da waren zwei! Okay. Keine Muni mehr! Ich hab' ich hab' zurück, Alter! Haben wir hinter uns? Ja. Ah, fuck! Woll' ich bin getroffen! Aber ich hatt' mich mal mit... Null Muni, Alter! Das passiert mir eigentlich sehr selten! Woll' ich bin getroffen! 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 Wie du? Hä? Wir müssen einen Nachschubbeheter in dieser Position abwerfen! Tobi, stell dich mal genau hier hin! Das ist kein Problem, Trotten! Äh?! Was? Ich bin gar nicht hier! Mal hinten, Alter, ey! Ja, stell dich mal genau hier hin! Da drüben ist Gefahr! Da drüben ist Gefahr! Da hab' ich gesagt! Ich bin gar nicht... Krieg! Ich dachte, ich würde ihn verteidigen hier hin! Ja! Sehr schwer! Hab' ihn! So schön! Ja! Verwo... Alter! Oh, was hast du hier, Soldaten? Oh, 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 oh! Handgranate gewaffen! Jo, haben wir! Da kommen welche! Wo? Oh! Wo die Raumfahrt hatte ist! Zwei Stück! Aber reinlaufen, wegholen, ne? Ja! Hm! Bin mir jetzt zurückgelaufen! Reiner weit und weit! Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, aber... Nein, das musst du D rüber! Das musst du D rüber! Das musst du D rüber! Ja, aber das Ziel dort! Mach's doch! Weckerholen! Oh! Wie schön ist der Stern aus dem Probe! Oh! 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 Ich seh' sie nicht, Alter, das ist... Ja, natürlich bekomm' ich den Killing, Alter, wirklich. Bester Mann hier. Sieh' nur mal so aus, als ob du mir an den Eiern spielst. Alter! Boah! Holy shit! Seid ihr alle down, Jun? Ich bin bei dir, ja. Alter! Alter! Ich lieg schon wieder! Ja! Ich auch! Oh, wir haben auch grade rasiert, du. Meine... Fresse nochmal, du. Fresse nicht! Soviel, sovieler! Achtung! Alter! Da ist soviel los! Jawoll, Red! Nice! Red, hinter dir! Hinter dir! Ja, komm! Stell, 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 stell! Boah, mein bester Mann hier, ey! Ossi, 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 Ossi! Ja, ich komme! Ich fick dich zusammen, äh, ich flieg dich zusammen! Danke! Wollt schon immer mal zusammen gefickt werden. Kann mir einer Muni geben? Hat einer von euch Muni, oder? Nein, nein. Nee. Wir laufen hier im Kriegraum ohne Muni. Ja. Wir sind noch mehr Sunny, als alles andere. Ja, ich muss meinen Sunny mal ein bisschen leveln, Alter. Ich bin ja da! Das geht so nicht! Achtung, Flieger kommt! Ja, danke! Wir haben die Kontrolle über Zielberta verloren! Hier ist Muni! Oh, ne! Oh, ne! Wieso? Das sind drei Leute in der Union! Äh! Alter! Bin ich weggeflogen, Junge! Dankeschön! Hä? Von wo denn? Hallo? Sanitäter? Boah! Ich komm, ich komm, ich komm! Da bist du ja wieder! Da bist du ja wieder! Weg, 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 weg! Ja, hier vorne ist ne Muni-Kiste! Wo denn? Direkt hier vorne über mir! Meist mal, dann läpp ich mal ein bisschen meinen Sturm. Ich helfe dir! Ja, Versorger! Ich pfleg dich zusammen! Ja, komm wieder! Hä? Hä? Hör genau! Hör genau! Hör genau! Hör genau! Ey, ich bin vier da, ist das geil! Ich hab meine KD wieder verbessert, Alter! Statt 0 zu... Alter, der Typ hat 34-0! Wem will das mir erzählen, Alter? Der Typ in unserem Team! Wir brauchen Sanitäter! 34-0 mit seinem scheiß Flieger! Natürlich, Alter, Knallfrosch! Auf jeden Fall! Ich hab's ja... 34-0 oder so! Wir brauchen Sanitäter! Ja, manche haben's echt drauf! Ja, ich bin ein Flieger! Ich bin ein Flieger, natürlich! Ja! Wo wollen wir hin? Auf jeden Fall! Ich würde mal sagen... Zu denen, oder? Oh! Oh! Ich bin ein Flieger! Wenn du Bomber hast, was meinst du, was du da wegrasieren kannst? Ja, gut! Das ist richtig! Aber du musst trotzdem... Da sind so viele Tricks auch unterwegs... Also... Physikalbuchzeuge... Irgendwann muss er sterben! Ja! Ich bin auch Flieger! Huh! Also, daran glaube ich erst, wenn ich selber 34-0 gemacht hab! Alter, da muss man sich aber erstmal dran gewöhnen mit dem Flieger zu fliegen, Ja! Ist klar, der Typ überlebt bei einer Bazooka! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alter! Ist klar! Wie kann man das überleben? Oh shit! Oh! 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 Ja! Und wir fliegen! Das muss ich noch ein bisschen übel! Ja, ich auch! Leute! D-Bombardieren! Ja! Wir haben nichts mehr! Wir haben nichts mehr! Keine Bomber mehr da sind alle! Wieso? Seid ihr alle ausgestillt oder was? Ja! Wir sind irgendwie alle abgestilliert! So viel zu viel und zu 30-0 ist möglich! Ich weiß es nicht! Tobi, lagen wir den gleichen Flugzeug, oder was? Nein, nein! Ich glaube nicht! Weil wir beide gleichzeitig gestorben sind! Okay! Aber ich bin geflogen! Du bist auch geflogen, oder? Ja, ja! Du hast jetzt dann... Hast du selbstständig geflogen! Ja! So viel dazu 34-0! Wir sind zum ersten Mal geflogen! Ja! Au! Da ist wieder irgendwas! Der hat schon wieder Blähungen, der Typ! Boah! Oh ja! What? Holy! Holy! Alter! Alter Schwede! Alter, was denn was? Ich bin komplett weg, leider! Ja! Alter! Ja! Also das... Das Ding, wenn... Wenn irgendwas mit Blähungen kommt, dann... Äh... Dort war laut! Ouh! Du schaff! Du schaff! Jetzt kommt ne Granate! Ja! Nice! Danke! Werde! Bruder muss los! Oh! Ich bin schwer toben, Bruder! Ich auch. Alter, komm. Alter, Vater, ey. Alter, die mir da geballert, was? Alter, komm! Boah. Ja. Lapp. Ich hab keine Rauchbarnarten mehr. Gott, klar hab ich mit der Gaule, Jungs. Ich hab Moni. Ich hab Moni. Ich hab... Natürlich, Alter. Hilfe. Alter, ich fang unter euch. Äh... Ja. Alter. Ich halte aus. Boah, scheiße. Alter, die sind alle gestorben. Oh, Alter, ich bin wiederbelebt. Ich wiederbelebt euch auch. Ja, ich werd wiederbelebt. Ja, ja, ja. Zu spät, ich war tot. Geht alle Moni von mir. Hier, Medic. Nice. Ich bau auch Moni. Dankeschön. Jo, hab ich hier. So, jetzt. Auf'n Neues. So, Leute. Von mir, von mir. Äh, von mir, Alter. Ich kann überreden, Scheiße. Hey. Oh, nein. Das Bläh bliegt wieder. Warte. Das Boots Ding kommt wieder. Oh, nö. Eieieiei. Wollt das Ding rein? Ja, danke. Ja, bitte. Kannst du dich auch gleich wiederholen? Er liegt hier noch. Äh... Holy! Hier ist doch schon Lovester, Junge. Ich bin bei dir. Ja. Punkt. Da sind welche. Pass auf. Ohne, was? Alter, Junge. Was ist das hier? Alter. Nehmen Sie es ein. Wir sind immer normal. Oh, Sanni. Wo bist du denn? Hier. Erste Hilfe schadet nicht. Da ist einer. Oh, Mann. Besser, Mann. Tobi, warte, ich komm. Ah ne, da haut dich schon einer. Besser. Was helfen heute? Sache, wenn ihr das Megaforz Ding hört, lauft. Hehehehe. 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 Dödö. Ja. Ja. Was ist denn das Ziel dann da oben? Das müsste er in sein Video so reinschnallen, weißt du? Ja. Run. Dödö. Bisschen Zeitlupe so, und dann... At the moment that he knew, he fucked up! Äh, ich... äh, ich schliege! Hallöchen! Hallöchen, ich fliege hier vergründet! Meine Beine hängen in der Luft, was mach ich da? Das ist doch... Das ist doch Akrobatik, was ich hier tue! Ich häng auch fest hier, irgendwie ganz komisch! Ja, hallo Tobi! Da ist Helbert Stalker wieder! Ja, sicher! Dann ist er wieder, mein Stalker! Ach, ich hab ein bisschen... Äh, äh... Hab keine mehr! Hab keiner geworfen! Einfach geworfen! Da hinten ist einer, Jungs, da! Oh, wir durch! Ja, das war keine... Ich wiederbeleben, Leute! Ich wiederbeleben! Ich aber wiederbeleben, das wär nett! Wo denn, wo denn, wo denn? Hab ich schon, also... Danke! Oh! Diesmal hab ich's aber nicht gehört! Nee, das war eine andere, das war ein normaler Bomber! Ich hab keinen Pfff gehört! Nee, nee, das war die Rakete! Das war die Rakete! Echt? Ja, ja! Scheiße! Ich hab auch keinen Pfff gehört! Wir machen leider nicht genug Punkte, um die Rakete zu bestellen! Das ist das Problem! Das ist das Problem! Echt? Ich hab... Ich hab's gewöhnt, ey! Vor allem jedes Mal, ne? Sterben 20 Leute, Alter, ey! In dem Fall stand 51 ist 34! Für eine Rakete! Ja! Ja! Oh! Wer war das gerade? Ich! Ja! Alles klar! Wir müssen das Ziel doch erobern! Wir müssen ein paar Meter weg! Das ist echt mies, Alter! Das haben... Ihr habt gesehen, dass da vor viele... Gegner sind, ey! Und haben gleich die Rakete bestellt! Wir haben leider nie die Rakete, das ist schade! Ja! Ja, dann... Machen wir mal Kills! Hahaha! Der Noah gehört jetzt schon, Soldaten! Äh... Die Punkte alle... Das gesamte Team... Äh... Zehn... Äh... Eine Rolle! So... Das sind ja... Ein bisschen Rolle-Punkte, aber... Oh, wir verlieren doch schon wieder! Ja! Ja, aber das... Das durch die 3... 3... Das war schon hart! Oh Gott, hier lag auch noch einer! Ich hab mir mal auf die Eier geguckt! Hahaha! Ich denk grad so... Ich hebe den Arm so, weil ich lag und dann... Wieso sind meine Beine so nah an meinen Armen? Du bist... Du bist... Genau einer mit seinem Schritt an meinem Kopf! Du bist halt extrem pervers! Uff... Kompaktieren! So! Tobi! Schlucken! Oder spucken! Eins vom Bein! Und hiermit... Verabschieden wir uns und sehen uns bei der nächsten Folge von... See yo! Ciao! Euch! Ei! En小er,ús' Bei euch! Bis zum nächsten Mal.